Hi, willkommen zurück, lieber Nice Guy. Heute soll es um genau das Thema gehen. Nice Guy sein, wo kommt das überhaupt her? Was ist überhaupt ein Nice Guy? Und wie du dahin kommst, auszusteigen aus diesem Nice Guy Verhalten, das klären wir dann im morgigen Video. Heute aber erstmal, was ist überhaupt ein Nice Guy und warum ist man ein Nice Guy? Das muss man erstmal verstehen und da habe ich ein super interessantes Buch zugelesen. No More, Mr. Nice Guy heißt das Buch. Da wird sehr gut erklärt, wie denn diese Nice Guy Symptomatik zustande kommt. Und das will ich dir heute erklären, denn ich glaube, viele Männer da draußen, mich eingeschlossen sind oder waren ein Nice Guy, kommen also von diesem Punkt aus. Und zu verstehen, was das bedeutet, ist elementar wichtig, um es zu verändern, um den Erfolg mit Frauen zu haben, den du haben willst. Also, ein Nice Guy. Wie entsteht so ein Nice Guy? Also, zuerst mal musst du verstehen, dass wir als Kinder, also wenn wir Kinder sind, dann sind wir natürlich von unseren Eltern abhängig. Ist ja ganz klar. Wir können nicht für uns selbst sorgen. Unsere Eltern müssen für uns sorgen. Wir sind absolut abhängig von unseren Eltern. Also, wir haben keine Möglichkeit, uns selbst zu versorgen als kleine Kinder. Im Alter von, sagen wir 1 bis 7, 8, natürlich auch darüber hinaus. Aber darüber hinaus wird man natürlich immer, entwickelt sich immer weiter und hat auch andere Möglichkeiten. Bis dahin bist du aber stark von deinen Eltern abhängig. Und wenn du jetzt als Kind auf irgendeine Weise Ablehnung erfährst oder auf irgendeine Weise erfährst, dass deine Bedürfnisse nicht von deinen Eltern befriedigt werden, und das haben viele von uns erlebt, gerade die Männer, die zum Beispiel ohne Vater aufgewachsen sind, auch bei mir der Fall, komme ich gleich noch genauer zu. Wenn du jetzt erlebst, dass deine Bedürfnisse nicht richtig oder nicht schnell genug erfüllt werden, dann ist das für dich ein Trauma. Weil das ist für dich eine potenziell gefährliche Situation. Du als Kleinkind weißt oder du als Kleinkind spürst, okay, ich bin abhängig von meinen Eltern. Wenn die mich nicht versorgen, dann werde ich sterben. Und so ist es ja auch, wenn deine Eltern dich nicht versorgen, dann würdest du theoretisch sterben, wenn der Staat das nicht auffangen würde. Also es ist eine potenziell wirklich gefährliche Situation und deswegen prägt sich das so ein. Und wenn jetzt zum Beispiel, wie das auch bei mir der Fall war, der Vater die Familie verlässt. Nehmen wir das mal als Beispiel. Als Beispiel für einen Jungen, für einen kleinen Jungen, der eine unsichere Umgebung erlebt, der ein unsicheres Familienverhältnis erlebt, der erlebt, dass seine Bedürfnisse nicht wirklich gut erfüllt werden. Wenn jetzt also dein Vater dich verlässt, wie es zum Beispiel bei mir der Fall war, dann tendieren Kinder dazu, weil das das Einzige ist, was die machen können. Die tendieren dazu, zu denken, sie seien schuld daran. Das kennst du vielleicht, das hast du vielleicht selbst schon mal gedacht, auch in der Vergangenheit. Ich habe das als Kind, wo ich darüber nachgedacht habe, auch gedacht, dass ich mir damals dachte, bin ich schuld? Kinder denken, sie sind schuld, weil sie nicht verstehen, wie das sonst zustande kommen soll. Also wenn du ein kleines Kind bist, verstehst du es nicht und denkst, du bist schuld. Du attributierst das hierhin. Und da das so eine gefährliche Situation für das Kind ist, weil es halt seine Bedürfnisse dann nicht mehr erfüllt bekommt, weil es was Unsicheres erlebt, der Vater geht weg, ja, weil das so gefährlich ist, entwickelt dann dieses Kind, der kleine Junge, eine Strategie, die dafür sorgt, dass sowas nie wieder passiert. Das Kind hat also gemerkt, oh Gott, das lag vielleicht an mir. Und die Schlussfolgerung, die dann kleine Jungs daraus ziehen oder daraus ziehen können, ist, so wie ich bin, ist das nicht in Ordnung. Weil wenn ich so bin, wie ich bin, dann verlässt mich möglicherweise ein Familienmitglied. So ist das natürlich niemals passiert. Und deine Eltern sagen dir auch, du bist nicht schuld, aber du kannst das ja gar nicht verstehen. Du als 5-, 6-jähriger Junge, bei mir, ich war 6, kannst nicht verstehen, warum deine Eltern sich getrennt haben. Das liegt ein bisschen außerhalb deiner Verständniskraft. Deswegen ist es ja besser, sage ich mal, wenn Väter zum Beispiel später gehen, wenn du bereits verstehen kannst, warum sich jemand trennt und dass es mit dir nichts zu tun hat. Aber wenn du jünger bist, dann kannst du das nicht verstehen. Du kannst es nicht greifen. Ja, das klingt wahrscheinlich auch logisch für dich. Und jetzt ziehst du die Schlussfolgerung daraus, okay, wenn ich mich auf eine gewisse Art und Weise verhalte, dann kann ich vielleicht dafür sorgen, dass mir sowas nie wieder passiert. Weil du möchtest, dass nie wieder so etwas passiert. Das ist ja auch klar. Du hast einen Traum erlebt und das war schlimm und du möchtest, dass es nie wieder passiert. Und du hast die Schlussfolgerung gezogen, hey, vielleicht liegt das an mir und es ist nicht in Ordnung, wenn ich so bin, wie ich bin. Denn dann geht vielleicht einer meiner Caretaker, einer meiner Menschen, die sich um mich kümmern. Und die Schlussfolgerung daraus ist, dass du anfängst, dich mehr und mehr anzupassen an das, was andere von dir wollen, an den Wünschen von anderen, dich auszurichten. Und dann kommen wir nämlich zum klassischen Nice Guy. Ja, der Nice Guy ist natürlich ein Mann, der aus Angst, diese Kindheitserfahrung zu wiederholen, anfängt, es den Leuten recht zu machen. Das ist ja auch die Definition von einem Nice Guy. Er macht es den Leuten recht. Er stellt seine Bedürfnisse hinter die Bedürfnisse von anderen Leuten, weil er denkt oder das so gelernt hat, wenn ich meine Bedürfnisse hinten anstelle, wenn ich nicht ich selbst bin, wenn ich meine schlechten Seiten vor den anderen Leuten verstecke, dann besteht keine Gefahr und dann werde ich nicht wieder verlassen. Natürlich sorgt das auch dafür, gerade dieses seine schlechten Seiten verstecken, das sorgt natürlich gerade dafür, dass man mit den Leuten in seiner Umgebung keine richtig intimen Beziehungen aufbauen kann. Ist ja ganz klar, wenn du gewisse Anteile von dir immer versteckst, dann können die Leute dich nie ganz kennenlernen. Das ist übrigens auch so eine Konsequenz daraus, dass Nice Guys oft Schwächen verstecken, weil sie Angst haben, dass wenn diese Schwächen erkannt werden, dann werden sie wieder verlassen. Und ich habe das im Buch gelesen und war total überrascht und habe mir gedacht, das stimmt, das trifft tatsächlich auch auf mich zu. Also die Erkenntnis kam da auf jeden Fall. Super spannend und klingt auch super logisch. Das heißt, dieses Nice Guy Verhalten ist einfach eine adaptive Anpassung, die vielleicht damals Sinn gemacht hat, im früheren Alter vielleicht Sinn gemacht hat, um die Gefahr dieses erneuten Verlassenswerden wegzumachen. Aber es ist einfach komplette Dysfunktional. Das heißt, es ist damals schon auf einer falschen Weltsicht entstanden. Ich bin schuld, wenn ich schlecht bin, dann verlässt mich jemand. Wenn ich so bin, wie ich bin, verlässt mich einer meiner Caretaker, mein Vater in dem Fall. Darauf ist das entstanden. Und es ist ja eine falsche Weltsicht. Das war ja gar nicht richtig. Aber du als kleines Kind kannst du halt nicht, checkst es halt nicht. Ist ja ganz klar. Und so nimmst du dann dieses Verhalten und das setzt sich dann immer weiter fort und wird einfach nur dadurch verstärkt, dass du dann unter Umständen, wie in diesem Fall, bei deiner Mom aufwächst und du keinen richtigen Zugang zum Vater kriegst, keinen richtigen Zugang zum ganzen männlichen Thema, zur männlichen Energie. Weil es ist ja klar, wenn du feststellst, hey, ich will nicht werden wie mein Vater oder keinen richtigen Kontakt zu deinem Vater hast, dann hast du halt auch kein männliches Vorbild und dann wächst du hauptsächlich durch die Mutter auf. Das wird natürlich dadurch nochmal verstärkt, dass im Kindergarten, ich glaube, einer von sechs Kindergartenlehrern ist männlich, die anderen sind weiblich und auch in der Grundschule sind sehr viele Lehrerinnen weiblich. Allgemein sind sehr viele Lehrer weiblich. Das heißt, über diese ganze Zeit hast du sehr viel weiblichen Einfluss und keinen Ausgleich durch den männlichen Einfluss, gerade wenn dir jetzt zum Beispiel dein Vater fehlt. Und das verstärkt nur nochmal dieses Nice-Guy-Syndrom, weil dir dann so ein bisschen diese aggressive, diese Grenzen-Setzen-Seite auch komplett fehlt, die dir dein Vater nicht beibringt. Frauen sind tendenziell eher konfliktscheu, Männer eher nicht so konfliktscheu. Und wenn du halt dann nochmal zusätzlich unter Frauen aufwächst, dann wird das Ganze halt nur nochmal verstärkt. Und so findest du dich dann am Ende an dem Punkt wieder, wo du ein Nice-Guy bist, der versucht es a, allen anderen Leuten recht zu machen, weil er denkt, wenn ich die Bedürfnisse der anderen Leute erfülle, wenn ich mich anpasse, dann passiert mir nichts, dann passiert dieses schlimme Erlebnis nicht nochmal, der b, seine Schwächen versteckt, weil er Angst hat, sie zu zeigen, weil er denkt, wenn meine Schwächen erkannt werden von den Leuten in meiner Umgebung, dann werde ich verlassen. Du möchtest das nicht wieder haben, dieses Erlebnis. Und der C einfach seine eigenen Bedürfnisse entweder komplett zur Seite schiebt oder sie zumindest mal signifikant hinter die Bedürfnisse von anderen Leuten stellt. Und wenn du jetzt mit irgendwas davon vibst, wenn du irgendwie dich darin wiedererkennst, dann kannst du mal überlegen, was war denn vielleicht damals in meiner Kindheit, wo habe ich denn vielleicht eine Erfahrung gemacht, die unsicher war, wo ich dann darauf geschlossen habe, ich muss mich auf eine gewisse Art und Weise verhalten, sonst passiert was Schlimmes. Denn Leute, die jetzt nicht das Nice-Guy-Syndrom haben, die sind einfach sie selbst und haben auch keine Angst davor, sie selbst zu sein in allem, was sie sind, mit Stärken und Schwächen, weil sie erlebt haben, hey, ich kann ich selbst sein, ich kann meine Schwächen und Stärken mitbringen in eine Beziehung mit einer Person, muss jetzt nicht nur eine Frau, kann auch ein Mann sein und ich bin trotzdem akzeptiert. Das ist die Erfahrung, die diese Leute gemacht haben. Diese Leute haben erfahren, ich bin ich und die Leute nehmen mich dafür an. Und du als Kind, wenn du solche Erfahrungen gemacht hast, wie zum Beispiel vom Vater verlassen werden oder andere Erfahrungen, wo du nicht ordentlich versorgt wurdest, dazu muss der Vater dich nicht verlassen oder die Mutter muss dich dafür nicht verlassen. Das reicht halt auch, wenn du einfach nicht ordentlich versorgt wirst, wenn sich nicht ordentlich um dich gekümmert wird. Dafür können ja auch beide Eltern im Haus wohnen, das kann dann ja trotzdem passieren. Aber wenn du sowas erlebt hast, dann hast du eben erlebt, okay, wenn ich komplett nicht bin, dann kriege ich eben nicht das, was ich bekomme und deine Eltern waren vielleicht einfach, schlechte Eltern. Aber du führst es in dem Moment auf dich zurück als Kind und passt dann dein Verhalten an. Wie gesagt, morgen wollen wir darüber reden, wie du rauskommst aus diesem Nice-Guy-Problem, aus diesem Nice-Guy-Symptom. Wenn du dich wiedererkannt hast, denk mal darüber nach, wie war das wohl in deiner Kindheit und schau auf jeden Fall morgen wieder beim Video vorbei. Geil, dass du dabei warst, Fragen zu dem Thema unbedingt in die Kommentare. Das ist ein super wichtiges und interessantes Thema. Ansonsten, geil, dass du hier warst, links neben mir kannst du den Chat abonnieren, unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben. Dann werden wir in den drei nächsten Monaten dafür sorgen, dass du mehr Frauen kennenlernst, eine Freundin findest, viel Sex hast, je nachdem, was deine Zielsetzung ist. Unten rechts geht es zu einem Video, das ich dir empfehle. Wenn dir das Video gefallen hat, schau da unbedingt mal vorbei. Kleine Überraschung für dich. Geil, dass du dabei warst. Wir sehen uns morgen wieder zum Video, wie man das Nice-Guy-Syndrom auflösen kann. Bis morgen. Ciao.